Moin Leute, was geht mal wieder? Hier ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und ich präsentiere euch wieder eine kleine Runde Black Ops 2 auf der PS3 mit einem PSN-Freund, dem Yanni Boy Apple, der ist oben. Jo, da oben wo 63 steht, an dritter Stelle, Yanni Boy Apple. So, jo, und jetzt haben wir noch gute 2 Minuten 25 zu zocken und ich würde mal anfangen. Meine Waffen, die ich heute mitnehme, ist die M27, die angepasste Version. Und natürlich noch, wenn irgendwas im Himmel fliegt, FHJ-NB, oder wie heißt das? IBAA. Ja, genau, die nehme ich mit. So. Ho, 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 what a hell man, das war doch mal was, Leute. Hippie, pura, würde ich sagen. So. Was ist das? Mutual, 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 Mutual. Ha, überlebender, 2 Kills hab ich geschafft, auf einmal. Oh, Leute, ich freu mich. Lass uns mal eine gute KD. Guck mal mal drauf. 3 Kills hab ich schon. Und 12 Mal bin ich gestorben, ups. Jo. Könnte besser sein, Leute. So. Hier oben, guck mal mal, vielleicht kommt uns was vor die Flinte. Ah, da haben wir schon was, aber. Nein. Es war leider. Es war leider so. Mein Gott. YouTube Gamescom wurde eliminiert. Und jetzt bin ich noch auf der Killcamp drauf, Leute. Oft ist das peinlich. Mann, Mann, Mann. So. Gucken wir noch mal hier an. Da oben hocke ich. Und da oben werde ich eliminiert. Und ich sag einfach mal, ciao. Bis zum nächsten Mal. See you later. Alle Gelder. Euer YouTube Gamescom. Und euer Janni Boy Apple. Bis dann. Ciao. So. Bevor ich ciao sage, Leute. Guck mal nochmal in die Lobby. Ey, oder Pascal? Hast du Bock heute nicht das? Oh, Digger. So, ciao.